50 Jahre sind Sonja und Harald von Norwegen nun schon verheiratet. Was gibt es für einen schöneren Anlass, um die Liebe der beiden mit einem Familienporträt zu feiern? Anlässlich der goldenen Hochzeit haben sich auch Kinder und Enkelkinder des Königspaars fein herausgeputzt. Gemeinsam strahlt die Gruppe in die Kamera und vor allem die jüngste Generation besticht in ihren eleganten Looks. Eine will sich da aber nicht so ganz einreihen, Prinzessin Ingrid Alexandra, denn die künftige Königin trägt zu ihrem traumhaften Spitzenkleid weiße Turnschuhe. Da kommt die 14-Jährige wohl ganz nach ihren Eltern, die sich auch gerne mal etwas sportlicher kleiden. Davon abgesehen ist die Prinzessin an diesem Tag so hübsch, dass sich wohl kaum jemand auf ihr Schuhwerk konzentriert. Gemeinsam mit den Hochzeitsjubilaren strahlen alle Familienmitglieder um die Wette. Doch am meisten leuchten die Augen von König und Königin selbst, als sie für ihr Einzelbild posieren. Wie frisch verliebt blicken sie sich an und halten sogar Händchen nach so vielen Jahren. Da wird einem doch warm ums Herz.